Tennisstar San Mendes, erstes Mal Sex mit 16 Jahren Antwort oder Stromschlag? Mit Rat Jubeta und Stittjes eroberte San Mendes, 19, nicht nur die Garts, sondern auch die Herzen von Millionen von Damen Der Tennisstar hat seine eigene Traumfrau aber noch nicht finden können Trotzdem hat er schon die eine oder andere Romanze hinter sich In einer neuseeländischen Radiosendung sprach der Kanadier jetzt überraschend offen über sein Liebesleben Der Grund für seine Gesprächigkeit, in der Tate-Geshow spielten die Moderatoren mit dem Sänger ein fieses Frage-Antwort-Spiel Bei jeder Frage, die er nicht beantworten wollte, bekam einer der Moderatoren einen Stromschlag versetzt Um Gnade walten zu lassen, antwortete der Mädchenschwarm deshalb auch auf die intimen Nachfragen Eine davon drehte sich um seinen ersten Sex, denn die Gastgeber quetschten ihn nach dem Zeitpunkt seiner Entjungferung aus San gab daraufhin zu, mit süßen 16 Jahren seine erstes Mal gehabt zu haben Eine andere Enthüllung sorgt allerdings für viel mehr Aufsehen Der Tennisstar offenbarte, dass er schon mal etwas mit einer 25-jährigen Person hatte als er 19 war Da der Kanadier erst am August Geburtstag hatte, muss er also in den letzten drei Monaten ein kleines Techtelmechtel gehabt haben Mehr Details ließ sich der Hottie aber nicht entlocken Zuletzt wurde eine Liebelei mit Model Hailey Baldwin, 21, nachgesagt Die beiden sollen turtelnd auf eine Halloween-Party erwischt worden sein und die Feier sogar gemeinsam verlassen haben Der Musiker wollte von den Gerüchten aber nichts wissen Sie ist unglaublich! Komma aber zwischen uns läuft nichts, stellte der Sänger klar Outro Untertitelung des ZDF, 2020